Jo, willkommen zurück zu Pokémon-Diobot-Dedition Letzt Part... Ah, da haben wir den ersten Ohren geholt, genau und sind hier zurück zum verwüsteten Fahrtgegang, wo Professor Abe und sein Assistenten rumstand Du hast Weg! Oh, Mann! Oh, Mann! Ich kann ja nicht auch ein bisschen gucken, aber das Ausgang, das heißt, ich gehe kurz hier lang Ich glaube, da war noch mal ein Item Genau Das ist nicht noch alles weiß, als wenn noch Sachen auftauchen, die ich nicht mehr weiß Das fängt schon mal gut an Das fängt schon mal gut an Felskraut, ne? Fels... Fels... Verwüstet... Da habe ich meine Stimme unterstützt Haha Zack Ich kann jetzt alles vertrümmern, dann könnt ihr da in Kleiderstand auftauchen Oh, nö Siehst du fast in den Namen von Poppen auf? Nur Poppen eines Tipps besitzt, wird Sengwand schwerfertig gegen Poppen die Gegenüber diesen Typen im Verteil sind zu verstehen Alles Klammern Ah, komm Tick die takee Oder du drast du?, Anfänger Telefon Oder du gibt griffige Ok es ist sauber das heißt ich wechsle zum dritten Pokémon? Ne Starschein du bist an der Reihe ja eh das ist natürlich was vermeint also Krimix ist die beiden schlechsten Pokémon meines Teams Erfahrungspunkte Knastby gibt relativ viel na gut eine 50 A verhältnis mäßig ist es eine Menge Los Daisy jetzt muss ich ja schon die ganze Zeit wechseln aber der ist auch Level 10 erreichen wow lag Kürz 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 Adolf XO das Pokémon Kürz 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 好 Kürz 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 Künktel immer vorhanden die Tüten da war es ist ein Probe Kieferpuppe ja nicht viel aber zu kurz können wir nicht so viel machen es hat wahrscheinlich mit Geduld angreifen probiere es einfach mal aus indem ich Ackknarre verwende so ihr habt verpasst, dass Spurzel Heilein gesetzt hat hat er mitbekommen, dass es bei mir geklappt hat und es gibt keinen Tag, wo ich in Ruhe aufnehmen kann ehrlich na egal können wir nicht weiter darüber diskutieren ich mache einfach weiter jetzt das er hat wenn man in der Zettel dass er ich höchstens noch mit der Stache angreifen BAM BAM die Stärksten in der andere Klasse ok der erste Doppelkampf im Spiel geil, ich bin doppel im Nachteil doppelt im Nachteil so wenn das nicht prima ist weiß ich auch nicht die das hat der Körner keine Elektro-Tacke so darstellen das ist auf jeden Fall schon mal langsam als Pachirisu er ist auch nicht so erwartet unbedingt ja läuft ganz gut nicht nicht ähm P Trank K Starshine Ham Hass gegen dich Starshine also das geheilt D 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 Naja, wenigstens kann nicht mehr so viel passieren. Da es nur noch ein Gegner ist. So. Das war ja auch meine Taktik. Da sehen wir euch auch nur ein paar Chiris und gegriffen. Das ist logisch, ne? Oh, Entschuldigung. Aber der Kampf streckt sich ins Leewigkeit. Ah, das kleine Nino-Buo ist natürlich relativ gleich. Halt auch weich. Und hauptsächlich, äh, Goku getrainiert hab. Für die erste Arena. Stimmt, Daisy konnte ich wirklich erst erhalten, nachdem ich ins Gebiet da vom Wasser abkam mit zur Trümmerrande. Bei den anderen, ne? Kugelsaart! Sehr schön! Typisch erst Pokémon-Verstäck einfach... dann nach links gehen vom 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 weg ab danke den vorkommen wieder topfett kommt bald wieder okay das ist der noch so erleben kann Lügel 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 L spool Lünger kann der L L L Ste台elt Politiker L Frage Bärbekeh dies kann die tippte dritten K entern kann ich bin Prozent entern kann ein Konferenz james von trott hat auch eine älter kanne schon ziemlich früh er machte nach zehn glücker sehr gut heute ist der park der teams ok da kommen wir noch nicht hin sind wir von team galactic oder sind wir das nicht und doch müssen wir hier zwischen den blumen herumstehen das ist kein bisschen cool er auf rumzumotzen das ist eine ehrbare aufgabe ja okay vom flanzprogramm finde ich einfach nur gruselig das wäre ich auch lieber woanders heute ist ja wieder donnerstag ja auch dann wieder der tag und der part erscheinen soll irgendwie habe ich nur drei dazu paar zu vergessen aber gestern kam ja auch unter anderen d und kann auch um gestern kann ja als ausgleich genau als ausgleich e e Super Mario Volk halbwegs Prozent um so halbwegs als Ersatz hochgeladen als es nicht schaffe aufzunehmen hat es wirklich vor aufzunehmen mehr sagen war hihihilfe trainer kannst du meinen Papa holen er war arbeitet im windkraftwerk bei leute die aus dem wie aus den eilen sind ganz fies und wollen nicht nicht in die reinlassen um um Prozent er im und her die Kuh noch nicht durch die K K er gut 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 Prozent kann man ihr neues Puck und fangen sie haben sich das Elektro-Pokémon bei Pokémon und Platin zumindest die Külpfe so und ich glaube bei Blatt Platin wird zu bleiben und das hier immer noch ein Wasserpokémon bekommen war mit ihm wenn er sieht möchte noch ein Pokémon fangen dann soll es wohl nicht so schwer denn tun wagt es bloß ich in das Landkraft zu gehen ich wurde angewiesen dass jemand der nicht zum Team Glacke gehört zu drück verboten ist aber siehst mir so aus als wärst du doch versuchen wollen hinein zu gehen na gut dann lass uns um den zu drück kämpfen alles klar schämieren ich mag das Punkt nicht nicht war sehr gefährlich wo so los goku das ist schon die Gegner hier von Team Glacke sind schon nicht schlecht nicht von schlechten Eltern sag ich mal klar goku kommt locker mit den zurecht aber wird mit den locker feria bar zu jetzt habe ich mit diesem Punkt mit diesen überhaupt eine Chance hatte die die ja er hat einen einen schatz sich erhaft schließlich zu einem weiteren Schatz und den haben meine Kollegen die im Blütenfeld stehen die hat sich hier wer gewinner er fand dann abgeschlossen die Blumenfeld stehen das heißt ich muss erzeugt ein pokémon heilen ja das geht wirklich schnell ja siehst du fast ganz gut die Melodie klar sagt du bist richtig cool brauchst du in der Tonlage r das ist auch ein Blumenfeld genug der Worte es gibt den süßen Honig her du was wir sagen die Galaktien fett den Honig bekommen wir werden damit eine große Zeitpunkt anlocken und dann fangen hey das Kind da hat alles gesehen was machen da fehlt noch das Kind losrennt Hilfe holt Hilfe holt diesen liegt auf der Hand wir besorgen dafür dass das Bike seinen Mund hält ich bin m ding 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 womit denn mit Wompel wir hassen Käfer und Pflanzen Pokémon besitzt die aber selber Trottel Alter mit Wompel kannst mich wirklich nicht erstrecken ey aber ich mit Ackerknarre schon über die Hälfte abziehe oder mindestens die Hälfte sagen wir so weil der gelbe Bereich ist erreicht was zufallswert zack wow ein Falltreffer mit Kratzer hey bei Kratzer eingesetzt Schaloko nee definitiv nicht man kann der sie ordentlich abholen das zack mehr verteilt speziell für den Reiz Wompel das ist ein Teckel warum kreft das Teckel an keine Fragen riep level up scheinbar war es auch ein Mix Pokémon Mann ist das lahm sie werden mir die Not zu kürzen ich bin als nächster dran er jetzt kämpfen nachdem du geschwächt worden ist finde ich als das 3 2 das geschwächt wird er hat ein Teckel geschafft nämlich zugehört Karina Blutsauger also keine wirklich wird drohung die ich bin DTB und ich glaube ist das jetzt am Netzwerk sie daher kann oder am meisten noch nicht das hat eine große Arbeit für mich ja die Gäste mit Kraftwerke aber was ist es denn denkt sie müssen jetzt sie vergessen haben dass sein Schlüssel der bestimmten Kraftwerk kann man nicht anfangen dass Kanzler entgegen haben um um eine Menge hat es heute die Tüte Länden können können lockst du vielleicht ein pokémon an nur vielleicht spieler und ich habe sie in eines baums und sie nach einiger zeit nach der das baum bewegt innen so ist kannst du davon ausgehen dass es sich um ein kleines pokémon handelt immer ganz begeistert wenn ich sowas sehe muss er jetzt sowieso aufnahme pause machen das einfach den wir schauen noch mal nach wenn ich hier also ich kann kurz ein pokémon gehen noch mal das geht wieder richtig schnell und um wir uns nicht hatte kommen zumal der baumann immer auch ins windkraftwerk wenn das der kraftverweist kommt man sagen hat der baumann es hätte mehr als karabort das vertreten bis zum nächsten Mal schau